Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Zero El Mero, Babyface Flow. Neben Mero hat Rata noch einen weiteren Newcomer entdeckt. Der junge Mann hat nicht einen ähnlichen Künstlernamen, sondern ist auch bei demselben Label unter Vertrag. Nach anfänglichen Instagram Videos ist es nun an der Zeit für sein Debütalbum. Babyface Flow kommt mit 13 Tracks, Features wurden bis jetzt keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Groove Attack Tracks und erscheint als CD und auch als Box. Azad, Der Boss 2. Das Vorgängeralbum Der Boss erschien im Jahr 2004. Nach mittlerweile 15 Jahren kommt nun der lang erwartete zweite Teil. Der Boss 2 kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Kul Savas, Adel Tawil und Shaka. Das Album kommt über Boss Music und erscheint als CD und auch als Box. Dardan, Sorry. Im Mai 2017 veröffentlichte Dardan sein Debütalbum Hallo Deutsch Rap. Daraufhin folgte er im 2018 seine Doppel EP Dardi Luther King. Jetzt ist es laut Dadans eigener Aussage Zeit für sein allererstes richtiges Album. Sorry kommt mit 18 Tracks, Features kommen unter anderem von Eno und Mosik. Das Album kommt über Hypnotize Entertainment und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.